Thema Neubau, Thema Hausbau, das ist eine sehr schöne Frage und zwar schreibt derjenige hier, ob ein Hausbau zum Beispiel ohne Eigenkapital möglich wäre. Jetzt kommt der berühmte Kommasatz, fragt aber gleichzeitig und sagt, dass entsprechende Sicherheiten vorhanden sind. Da hängt es jetzt wirklich davon ab, was sind das für Sicherheiten, wenn das zum Beispiel abbezahlte oder vorhandene Grundstücke sind. Ja, dann kann man natürlich, dann ist das Grundstück ja schon ein enormer Gegenwert. Oder wenn zum Beispiel Aktiendepots, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen vorhanden sind, wo also entsprechende Rückkaufwerte vorhanden sind, dann kann man natürlich auch ohne frisches, ohne Eigenkapital in der Regel eine Finanzierung machen. Aber auch hier könnten Sie in folgenden Fehler hineinlaufen. Es gibt durchaus Banken, die sagen, nee, das wollen wir nicht, bei denen praktisch die Verwaltung, die Abtretung dieser Sicherheiten, also gerade im Falle von Lebensrentenversicherungen, Bausparverträgen oder Depots, das ist denen zu viel Arbeit. Der Aufwand ist zu groß, deswegen wollen die dann in der Regel auch wirklich Cash haben. In solchen Fällen müssten Sie also dann sagen, okay, jetzt muss ich zur Not eben das Depot, die Aktien, die Fonds verkaufen oder eben auch im schlimmsten Falle die Lebens- oder Rentenversicherung auflösen. Da gibt es noch once, bis zum Beispiel K陳eg payments. Untertitelung des ZDF, 2020